Hallo und Willkommen zu PXVOLT. Heute die erneuerte Version von MAN als Tanker. Es ist die MAN TGS Serie von PULA und die sind viel schöner als die alten. Gleich sehe ich dir noch einen Vergleich. Aber jetzt wollen wir doch erstmal auspacken. Bisher gab es nur MAN TGS. Ich zeige euch den Vergleich. Da ist ein Special dabei, Glitzerwürfel. Hier. Ist ja lustig. Und jetzt aber erstmal gucken wir die Eigentlichen. Da ist doch noch etwas drin. Ach so, das war der Schlauch. Okay. Das Teil ist aber schwer. Schwer? Aber... Schön. Schnell noch. Erstmal lassen sich bei MAN die Türen öffnen. Ich versuche es nur bei Mercedes Arux und bei Scandias. Die alten Brudermodelle konnten sich leider ihre Türen nicht so toll öffnen. Aber macht nichts. Jetzt wollen wir aber auch mal den Anbau anbauen. Jetzt wollen wir aber auch mal den Anbau anbauen. So. 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 Die Leiter ist schon mal dran. Nächste Anleitung. Wir gucken auch mal, ob es so klappt. Jetzt etwas durchkommen. Ich spiele so. So. Wenn wir dann mal die neue Türen abkommen. Das sind 3. Dann kommt noch die neue Türen. Das ist die 3. Die neuen. Ah ja. Das ist die 3. Jetzt brechen wir das Wasser ein. Hier ist der Ablass, die Pumpe wieder einschalten. So kann man richtig auftanken. Ich mache jetzt überall Öl hin, in eine riesige Ölfläche. Was ist, wenn in der Bruderwelt Öl ausläuft aus dem Tanker? Was ist dann? Das ist dann Ölunfall, muss die technische Hilfe sein, was Feuerwehr kommt mit Ölbindemitteln. Ja. Alles wird verölt. Mit diesem Teil kann man ein ganzes Glas vollpucken. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das war's.